Also, es ist natürlich sehr romantisch gewesen. Ein Blind Date mit zwei Kameraleuten, mit Fotograf. Ja, es ist eine total intime Nummer auch. Finde ich total geil. Jetzt sind die dann auch enttäuscht und sagen, was? Das ist sie jetzt. Oh, da sind sie ja schon. So, und da sind die drei Jungs. Patricia. Patricia. Das Warten hat sich gelohnt, das ist bezaubernd. Wenn ein Mann die Möglichkeit hat und Single ist und sich nicht mit Patricia Blanco treffen will oder kann, dann tut es mir leid, das ist selber schuld. Ich glaube, das Ding ist ja, die wollten wir alle sehen. Schaut die wirklich aus. Mich interessieren Menschen, die an sich arbeiten, Schweinehund, häufig abgenommen. Hund ist gut. Hab ich gelesen. Und jetzt, wo sie gerade mich zuhört und wie ist dein erster Eindruck gekannt? Sie sieht wirklich besser aus, wie auf den Fotos. Ja. 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 Ja.